So, hallo und herzlich willkommen. So, durch, oh, ganz schön viel. Ja, äh, ich weiß, es ist blöd, dass gestern kein Part kam dafür. Naja, es lag daran, ungefähr so viel, dass ich gestern gar nicht mal so viel Zeit hatte. Und dann auch wirklich ganz knapp im Internet war. Äh, so, dass ich gerade mal mich darum kümmere, also, ungefähr so viel war ich on, dass ich mit meinem, äh, Let's Play Wochen Partner ein bisschen chatten konnte, damit wir ungefähr schon mal was, äh, erfahren, äh, was wir dann so spielen werden. Also, um eventuelle Wünsche, ich weiß nicht, was ich gerade labere, Dinge ins Moment, äh, auszutauschen. Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich gelabert habe. Das ergibt alles keinen Sinn. Warum lebe ich? Macht das Sinn? Macht es Sinn, dass wir leben? Ich weiß nicht, warum ich immer wieder diese Verschönerungsarbeiten vornehme, aber in meinen Augen müssen sie sein. In so manch anderen Augen zwar nicht, aber in meinen. So, wo haben wir dich, da haben wir dich. Du Dreck. Du Dreckstück. Du bist ein scheiß Dreckstück. Also, zum einen hier und zum anderen, äh, also, ähm, ja. Na, das passt hier gar nicht schön. Keine Ahnung, warum ich mit Handwerk baue. Ey. Dun, 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 dun. Obwohl, da lasse ich es wieder so und dann ist mir auch Schnurzpipi egal. Warum ich überhaupt diese Arbeit mache, weiß ich auch nicht. Und warum ich leiser werde, gerade auch nicht. Muhahaha. Vielleicht sollte ich die Musiken ticken. So, jetzt. Äh, bauen wir hier doch auch noch hin. Äh, ich, ich und, äh. Ich halt. Ich halt wieder. Auch wenn ich das immer so lieber habe. Man kann es niemandem recht machen. Außer mir. Selbst kann ich es recht machen. Mir. Selbst kann ich es recht machen. Warte mal. Ich mache hier noch so eine kleine Ausbeulung. So, da sieht es doch viel natürlicher wieder aus. Ähm, so. Ja, finde ich. Sieht gleich wieder viel natürlicher aus. Und ich würde vorschlagen, wir gehen wieder zurück. Stimmt, ich muss auch nochmal jemanden organisieren. Oder ihr könnt auch. Ich würde mich freuen, wenn ihr jemanden organisieren würdet. Weil dann, äh, ja, wäre die Arbeit nicht an mir, zum einen. Und zum anderen, wer, wärt ihr auch mit einbezogen. Und was ich noch sagen wollte, was ich eigentlich schon hätte an Anfang an sagen sollen. Ja, man hört, ich bin noch leicht erkältet. Ja, es könnte immer wieder mal sein, dass ich mich mute, dann, äh, das heißt dann ungefähr so viel wie, ich habe gerade einen Hust an den Anfall. Bitte warten Sie einen Moment. Ja. Genauso wie jetzt dann, äh, ne? Oh, wow, gar nicht so fetter Huster. Sonst habe ich immer so krasse Abhuster. Wo ich dann gar nicht mehr auf mein Leben klarkomme. Ja, dieser Begriff musste jetzt benutzt werden. Ja, ich schaue es, zippst LP. Ja. Ja, ich bin Fan. Sneef. Warte mal. Ich bin blind. Vielleicht sollte ich auch einfach nur mal meine Brille aufhaben. Beim Let's Playen, das wäre... Oh, ne, nein, ich habe gerade nicht meine Schultasche hinter mir. Also kann ich gerade nicht. Äh, warum gehe ich hoch? Wie hörst du mal mit Fackeln? Oh, habe ich. Achso, ja, was mein Problem war, war ja... Ähm... So... So, äh, hier. Ähm... Achtung. Ich muss mal wieder hoch. So, da war. Ne, du. Wie war eigentlich jetzt? Ups. So, so. Und so. Okay. Okay. Alter. Geht's noch? Ipad. Ipad. Ipad, die Lösung. Ja. Der Beat kommt mir gerade leicht langweilig vor. So, wo haben wir denn hier eine App? So, äh, hier, Repeater war es, gell? Re-pi-i-ter. Wo? Ah, da, Redstone Repeater. Wie jetzt? Ach doll, darf ich wieder Stein brennen? Oder, habe ich nicht hier? Habe ich nicht? Oh. Oh. Es wird Nacht. Oh. Ich könnte vielleicht auch noch Feuerstein brennen. Oh. 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 Scheiße. What? De. Hui. Ey. Oh. Zombie. Oh. Noch ein Zombie. Ja, das war gerade eben ein krasser Huster. Sonst doch irgendwo war es nicht mehr. Also, wenn da noch irgendwas war. Es ist nicht mehr da. Oh Gott, krasser Huster. Ja. Ja, und das war beabsichtigt hier gerade. Dieses fette Schütteln. Alter. So. Ein Redstone Repeater. Glaube ich sollte reichen, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn gebraucht habe. Oder habe ich gerade einfach... Scheiße, habe ich hier gerade ein Mess gemacht. Alter. Ich bin zu blöd, oder? Ich bin doch einfach nur zu blöd. So, jetzt. Hier leuchtet doch überall, Redstone. Was habe ich denn? Ey, sag mal, es bin ich. Ach du, das kann noch dauern. Sagen wir einfach. Es kann noch dauern und, äh... Ja. Genauso wie das Haus. Warte mal. Es kommt einem so scheiße rüber. Wie jetzt? Ich bin doch so dumm. Lauf gegen Wand. Lauf gegen Wand. Lauf gegen Wand. Lauf gegen Wand. Äh. Es bringt nichts. Oh, geil. Ich habe einen Apfel. Sogar zwei. Ich finde es ja geil, dass die jetzt, äh... öfters gefunden werden können. Hat man viel höhere Chancen drauf. Wow, stelle mir vor, so was heißt das? Oh. Ja. Ähm. Einfach, was schön aussieht. Oh. Oh. Sieht so aus, als ob es noch weiter runtergehen würde. Hier. Tut's aber nicht, verarscht. Einlassteil. Doch ernsthaft. Alter. So, ja. Hier wieder. Verbinden. Ja, typisch Marcel. Ja, ich finde es so einfach viel schöner. Äh, ja. Hier. Und... Dann holen wir uns hier nochmal eben schnell und dann... Hier. Und dann können wir uns hier wieder mal aus der Mitte rausnehmen, holen, reinsetzen, rausholen, rausholen, reinsetzen, rausholen, reinsetzen und raus, und, äh, fertig. Fettich! 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 Ja. Ja, das muss der jetzt einmal ganz kräftig sein. Einfach nur für euch. Ist das nicht schön, was ich so alles für euch tue? Sehen immer so abartig tief aus, ist es aber nicht. Okay, das war jetzt aber ein kack-heftiger Hust. So. Ah. Oh yeah. Da hab ich wieder was zu sagen. Okay. 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 Vielen Dank.